Einen wunderschönen guten Tag zum Teil 2 vom Thema Myome in und ohne Schwangerschaft. Im Teil 1, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ganz ganz wichtig, werden die Basics erklärt, worum es so geht bei Myomen, die Diagnostik, Therapie etc. Und dann habe ich auch noch über Kinderwunsch und Schwangerschaft mit Myomen gesprochen. Und weil das Video einfach zu lang wurde, habe ich gesagt, ich mache zwei Teile draus. Und in diesem Teil geht es um Myome mit Schwangerschaft, ohne Schwangerschaft und vor allen Dingen auch Kinderwunsch und Myome. Ob das Ganze so möglich ist, ob man normal gebären darf, was das mit dem Kinderwunsch auf sich hat, erkläre ich alles in diesem Teil des Videos. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bei Rückfragen gerne, wie immer, in die Kommentare. Aber jetzt geht es los, geht es weiter vom letzten Mal, von letzter Woche. Hier bin ich letzte Woche. Ich sah wahrscheinlich etwas jünger aus als heute, weil eine Woche vorher. So, dann können wir noch die Sachen hier runterschmeißen. Nein, dann besprechen wir noch eine besondere Patientengruppe, und zwar die Schwangeren mit Myomen oder auch die Damen mit Kinderwunsch und Myomen und Fehlgeburten in der Vorgeschichte. Es ist so, dass Myome, je nachdem, wo sie sitzen und wie zahlreich sie eben in der Gebärmutter vorhanden sind, stören können, sowohl beim Kinderwunsch, bei der Einlistung. Man kann sich vorstellen, wenn sich jetzt eine befruchtete Eizelle genau an der Stelle eines Myoms einlisten will, das ist nicht das Gewebe, was so eine befruchtete Eizelle erwartet. Das ist nicht das Gewebe, was es braucht zur Versorgung. Und dann klappt das in der Regel nicht, und dann hat man eben eine Fehlgeburt. Und dann passiert das nochmal und nochmal, und dann wird geschaut, und man sieht, ah, der gesamte Gebärmutter ist eigentlich durchsetzt von Myomen. Und dann hat man natürlich ein Problem, was mit dem Kinderwunsch zusammenhängt. Und auch in der Schwangerschaft können Myome stören können. Heißt nicht, dass sie müssen. Das heißt, wenn man ein Myom hat, Schwangerschaft ist intakt, es ist alles super, und man hat herausgefunden, sonografisch oder per Ultraschall, wo es genau sitzt, heißt das nicht unbedingt, dass ihr jetzt einen Kaiserschnitt braucht. Aber man ist gefeit vor Komplikationen. Erstens, dass es vielleicht verstärkt auch bluten können danach, dass es vielleicht ein Geburtshindernis gibt. Wenn man sich vorstellt, so ein Myom, sagen wir mal 5, 6 cm, sitzt vor dem oder an dem inneren Muttermund, dann kann natürlich so ein 10, 11, 12 cm Köpfchen nicht unbedingt vorbei und dann noch in den Geburtskanal richtig eintreten. Das heißt, es kann auch ein Geburtshindernis sein. Aber, und das haben wir sehr oft erlebt, es kann auch völlig in Ordnung sein. Also, dass ein Myom da oben sitzt, man weiß, dass es da ist, Geburt, alles läuft in Ordnung. Danach ist man natürlich ein bisschen gefeit vor einer Blutungsneigung, weil da haben wir wieder dieses Prinzip, die Gebärmutter soll sich zusammenziehen und geht vielleicht nicht, aber dann ist man da schon ein bisschen gefeit vor und kann eben zusehen, dass man da verstärkende oder kontraktionsfördernde Mittel gibt, damit diese Blutung eben gestoppt wird. Es ist kein unbedingtes Geburtshindernis, und das heißt auch nicht immer gleich Kaiserschnitt, sondern ganz im Gegenteil, es wird sehr, sehr oft und sollte auch spontan probiert werden. Aber es ist schon so, dass es natürlich nicht die optimalen Voraussetzungen sind, wenn man eine Uterosmyomatosis hat und schwanger ist und unter Geburt geht. Sollte die befruchtete Eizelle einen Ort gefunden haben, wo Schleimhaut ist, die Myome sitzen drumherum und man hat halt genau so das Mittel, den Mittelweg gefunden und da ist Schleimhaut und alles funktioniert gut, alles klar, das war eine E-Mail, dann muss man auch zusehen oder dann hat man auch die Gefahr, dass zum Beispiel die Plazenta sich nicht richtig einnistet, eine Unterversorgung dann in der Schwangerschaft passiert oder dass das Kind eben durch diese Myome ein bisschen verdrängt wird, dass man eine Lageanomalie hat, Thema Beckenendlage, auch da kann ich euch mal das Video zur Beckenendlage unten verlinken. Also das Kind hat einfach nicht die Chance, sich zu drehen, weil da Myome im Weg sind und hat jetzt einfach die Lage, zum Beispiel ein Popo nach unten und kommt nicht drumherum. Das kann passieren. Es kann dazu kommen, dass dieses Myome oder die Myome so groß sind, dass das Kind wachstumsgehemmt ist, weil es eben ein bisschen eingeknetscht ist und dadurch ein bisschen zu klein wird. All das kann passieren. Es ist immer, das kann dabei, es muss nicht unbedingt sein. Das ist eine, ich drehte heute ganz auf mein Mikrofon. Diese Myome ist ein riesiges, komplexes Thema, wo noch gerade auch viel Forschung betrieben wird. Gerade auch die medikamentöse Therapie ist natürlich noch absolut unausgereift. Direkt zum Messer zu greifen wollen die allerwenigsten und ist auch nicht in dem Interesse von den Ärztinnen und Ärzten da draußen direkt zu operieren. Und da wird eben noch viel Forschung betrieben, ob man diese hormonabhängigen Tumore nicht irgendwie anders lenken kann oder irgendwie stoppen kann, dass diese Hormonzufuhr ein bisschen erniedrigt wird, dass die eben nicht so stark wachsen. Und auch Thema Kinderwunsch, Fehlgeburt mit Myome. Es ist ein riesiges, komplexes Thema, was jetzt hoffentlich grob angeschnitten und grob verstanden wurde, was so Myome eigentlich ist, weil früher oder später hört man es dann doch mal, dieses Wort. Dann fängt man an zu googeln und das erste Wort, was man liest, ist Tumor. Und da ist man natürlich erst mal ganz, ganz aufgeregt und nervös. Aber zu 99,9% sind die gutartig. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass es mich doch bitte wissen. Auf jeden Fall mit einem Abo, aber auch gerne mit einem Kommentar, einem Like, was auch immer. Guck auch mal bei Instagram und Facebook vorbei. Da gibt es manchmal so ein paar Internas vom Gynäkologen und manchmal ein bisschen Facts, von allem ein bisschen dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.